Die Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute, unterstützt von Klara Spital, in besten Händen. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Merian Iselin, Klinik für Orthopädie und Chirurgie. Schultesklinik, Muskuloskeletalzentrum und Violier für Labormedizin. Das geht Ihnen auch so. Beim Verreisen packt man so allerlei ein, was man eigentlich gar nicht braucht. Ein Schokolade, ein bisschen etwas zum Nachwürzen oder ein Lieblingskaffee. Natürlich darf das Taschenbuch nicht fehlen und wenn es warm wird, wieso nicht einen Sonnenpropeller, einen Ventilator. Und diese Sachen, die man wirklich braucht, hat man nicht dabei und am Ferienort kriegt. Wir sind auch nicht. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Die Sommerferien stehen vor der Dürr und wir Schweizer Reisen fürs Leben gern. Mit dem Bucher der Reise ist es aber nicht da. Es braucht eine gute Vorbereitung. Sonst kann ein Traumreiselicht mal ins Gegenteil kippen. Verträumtes Verweilen am Teich. Bei uns problemlos möglich. Aber in vielen tropischen Ländern bergen stehende Gewässer ein grosses Gefahrenpotenzial. Nelly Bertschi musste dies auf ihrer Bali-Reise erfahren. Ich wurde am Ende der zweiten Woche krank. Ich habe höhere Fieber bekommen, extreme Muskelschmerzen, also am ganzen Körper, viel schlimmer als der Grippe. Übelkeit, Durchfall, extremes Kopfweh und die Augenhände haben so wehgetan. Die Ärztin vor Ort verschrieb Nelly Bertschi Antibiotikum, das wirkungslos blieb. Zwei Tage später klagte ihr Mann über dieselben Symptome. Nun stand fest, auf einer Reisfeldwanderung waren die Bertschis von Aedes-Stechmücken mit dem Dengue-Virus infiziert worden. Die ganz grausamen Gliederschmerzen, das ist absolut brutal. Die Bärme, die Beine, die Füsse waren alles extrem aufgeschwollt. Die Gelenke waren sehr geschwollt, selber und die Gliedmassen. Und eben einen extremen Ausschlag hatten wir. Eigentlich an den Beinen ganz stark und am Rücken. Ja, sie sind kaum in der Lage zu duschen und sich abzutrocknen. Sie mögen das fast nicht. Also sie müssen einander helfen, duschen und der Mann tut sie dann abzutrocknen. Es ist grauhaft, sie können sich fast nicht bewegen. Es ist ganz, ganz schlimm. Die Bertschis beschlossen, ihre Ferien abzubrechen und nach Hause zu fliegen. Da es gegen Dengue-Fieber keine Therapien gibt, mussten sie fast zwei Monate leiden, bis sie wieder ganz vor Lauf waren. Was gedenkt Nelly Bertschi künftig zu ändern? Also ganz klar, besser aufpassen, einsprayen. Und sicher, also die Reisfeldtouren, die wir gemacht haben, die Reisterrasse wieder anschauen, das hätten wir sollen machen mit langen Kleidern, oder? Also mit langen Hosen, vielleicht drei Viertelärmel und den Rest dann gut einsprayen. Das haben wir natürlich nicht gemacht. So mit Sieben-Achtel-Hosen und so. Also das ist natürlich schon ein bisschen leicht sinnig, oder? Dengue-Fieber, das hätte es auch schon in der Schweiz gegeben. Ja, wie ist das möglich? Das wird jetzt von der Reisemedizinerin Dr. Daniel Giurek grüssen. Also das Dengue-Fieber ist ja durch eine muckenübertragende Krankheit. Und solange es tropisch oder subtropisch warm ist, genug feucht ist, dann kann natürlich die Mucke auch bei uns überleben. Sie wird natürlich gebracht, irgendwie. Also zum Beispiel in einem Flugzeug und so einer Mucke hier im Sommer kann sie sich herrlich ausbreiten. Wo gibt es denn Dengue-Fieber? Wir haben auch eine Karte. Überall, wo es, wie gesagt, genug warm ist und genug feucht ist und nicht so strenge Winter sind, dann kann sich natürlich die Mucke vorpflanzen. Man sieht hier, die roten Gebiete sind besonders betroffen. Wie gefährlich ist Dengue-Fieber? Es ist sehr unterschiedlich, ob man von den armen, unterernährten Einheimischen redet oder vom Touristen. Für den Touristen ist es nicht so gefährlich. Wir haben es bei Frau Bertschi gesehen, sie ist extrem unangenehm, man muss die Reise unter Umständen abbrechen. Aber im Vergleich mit Malaria, sie ist nicht eine lebensgefährliche Krankheit. Und es bleiben auch keine Langzeitschäden? Soweit man weiss nicht. Insekten sollte man sich ja irgendwie schützen können. Sie haben uns ein paar Mitteln und Sachen mitgebracht. Wie macht man das? Frau Bertschi hat es uns auch schon gut kurz und bündig erklärt. Kleider. Kleider zusätzlich unter Umständen noch imprägnieren. Mit einem Insektizid. Das, was vorne schaut, gut und alle vier Stunden repetieren. Mit Muckenschutzmitteln mit hochprozentigem Einstreichen. Also das auf die Haut quasi. Das eine auf Kleider, das andere auf die Haut. Genau. So ist der persönliche Muckenschutz sicher perfekt. Jetzt gibt es ja ganz verschiedene Produkte. Welcher Wirkstoff muss unbedingt drin sein? Beim Muckenschutzmittel ist es einfach ein Duftstoff, wo Diäthyltholamide heisst. Der ist international, wird damit Tid abkürzt und muss 30% oder mehr beinhalten. Haben Sie noch eine andere Büchse mitgebracht? Diese Büchse ist je nachdem, wie man reist, vielleicht nicht zwingend, aber das wäre, um das Zimmer zu vergiften, damit es keine Ungeziffer mehr drin hat. Wo gehört das Gift hin? Um das Bett herum oder in der Decke oder ins Bad? Im Schlaf und im Badezimmer. Ja. Es vergiftet Insekten. Vergiftet es uns auch noch gerade? Ja, also so angenehm ist das ja nicht zum Einschnaufen. Also Atem anhalten, gründlich sprayen und für zwei Stunden rausgehen. Jawohl. Dann haben Sie uns noch ein Moskitonetz mitgebracht. Das ist ganz etwas Praktisches. Das ist eines eigentlich von den wichtigsten Hilfsmitteln, insbesondere für tropische Länder, auch für die Einheimischen und wir können von den guten Erfahrungen profitieren. Man hängt es über das Bett, man stopft es unter die Matratze und schläft darunter. Herrlich darunter. Eine Reise-Arpothek. Frau Jurecht, was gehört daraus? Das Wichtigste ist, dass man sich im Klaren ist, dass man in ein tropisches Land geht, wo Infektionskrankheiten viel häufiger sind als bei uns. bakterielle Infekte häufiger sind. Darum ein breites Spektrum-Antibiotikum, das sehr breit ist. Schwere Durchfälle, Atemwegsgeschichten, das ist eigentlich der häufigste Grund, warum man es nimmt. Ein Fiebermesser hat es da auch noch drin, aber eigentlich spüre ich ja, wenn ich Fieber habe. Nein, interessanterweise gar nicht. Wenn die Umgebung ganz ungewohnt und anders ist, feuchtwarm, dann hat man das Gefühl, nicht für wie warm ist der Körper selber. Da haben wir noch Schmerzmittel und gegen Verdauung, da haben wir ein paar Güterchen, was ist da denn? Also das Häufigste auf Reisen, aber nicht gefährlich, sind natürlich die ganzen Verdauungsgeschichten. Darum hat man da Durchfall, Übelkeit, Bauchkrämpfe. Dann am zweithäufigsten sind Verkältungssachen auf Reisen. Also gegen Husten. Husten, Pfnüssel, Halsweh, wer es braucht. Und ein bisschen etwas für die Augen? Für die Augen und für die Ohren, weil halt viele Leute Baden- und Tauchferien machen. Wir haben dann noch eine Checkliste bei uns auf dem Internet, wo Sie das in Ruhe nachlesen können. Das Reisen ist komfortabler geworden, aber es strapaziert den Körper. Auf was müssen Senioren besonders achten? Sie können das Wort lassen. Wichtig ist mal, dass man sich als Vorbereitung ein bisschen den Umständen bewusst ist und sich überlegt, was kann ich? Woher gehe ich? Und dann halt als Senior, die meisten haben schon ein paar Medikamente, ein paar gesundheitliche Rucksäcke. Das darf man halt nicht vergessen. Bei uns ist Doris Böhm, Sie sind eine vielgereisende Frau. Wie dienen Sie sich vorbereiten? Eigentlich genau das, was Frau Durek sagt. Es ist daran denken, was man hat. Das Rucksäckli. Und entsprechend auch das im Rucksäckli mitnehmen, die Medikamente. Ich habe auch immer überall im Portemonnaie und im Rucksack und im Koffer einen Zettel, wo alle meine Medikamente drauf sind. Da sind auch meine Kinder drauf. Da ist der Hausarzt drauf. Also Adressen auch? Mit den Adressen, mit den Telefonnummern. Damit sollte mir dann gleich mal etwas passieren, dass man mir bestmöglichst helfen kann. Haben Sie einen zweiten Zettel mitbruch? Das ist meine Packliste. Das ist eine große Rubrik Medikamente. Damit ich eben auch an allgemeine Medikamente denke. Schmerzmittel. Dass Sie nichts vergessen? Dass Sie es nicht vergessen. Sie haben, glaube ich, Ihre Reiseabithe auch noch gerade hier drin. Meine ist natürlich nicht so ausfällig wie Ihre. Aber sie muss auch nicht am gleichen Ort nützen, sondern einfach ein bisschen allgemein. Dass man persönliche Sachen drin hat. Sie sind ja jetzt auch nicht gerade auf der Reise in die Tropen. Das ist ein bisschen anders. Aber Sie nehmen immer Bi-Pack-Zettel mit von den Medikamenten. Genau. Ich nehme einfach so eine Portion mit, den Bi-Pack-Zettel dazu und tue das in die Apotheke. Dann ist es nicht so riesengroß. Und man weiss, was es drin hat. Also man kann auch eher mal jemandem helfen. Das haben Sie ja schon machen. Genau. Jetzt zwei Sachen noch. Die Thrombose-Prophylaxe ist das eine und das Impfen ist das andere. Wenn muss man das machen? Für die Thrombose-Prophylaxe gibt es ganz einfache Richtlinien. Fliege oder ruhig sitzen, auch im Bus und im Zug, also sich nicht bewegen können. Von über fünf Stunden bedarf einer Thrombose-Prophylaxe. Und das Alter ist auch eine so eine Guideline von 65 und darüber ist es einmal ganz grob. Und heutzutage ist die Thrombose-Prophylaxe auch viel einfacher als früher, sondern weil es keine Spritze mehr braucht. Man kann es oral nehmen, quasi Tabletchen nehmen. Impfen, wann? So früh wie möglich, am besten noch vor dem Buchen. Sich überlegen, wie viel braucht es, wie weit gange ich, wie lang gange ich. Das lohnt sich auf jeden Fall. Gibt es etwas, was Sie vermeiden? Ja, ich vermeide vor allem fehlende Bequemlichkeit. Und das hilft ja am ganzen Wohlsein auch. Das ist das, was ich hauptsächlich vermeide. Denn jetzt auch tropische Länder sind nicht mehr gerade so mein oberstes Reiseziel. Sondern ich bin eher ein bisschen näher. Also auch dort, wo es ein bisschen komfortabler ist, einfacher und sicher. Genau. Dankeschön vielmals, Frau Böhm, und herzlichen Dank, Frau Giurek. Das Flugzeug ist ein Fang wie der Bus, man steigt einfach ein. Tatsache ist aber auch, dass ein Drittel von allen Leute unbehagen von Spüren oder sogar Flugangst haben. Einer davon war Bruno Lanz. Der Traum vom Fliegen. Was viele Menschen zum Schwärmen bringt, war für Bruno Lanz lange Zeit mit grösstem Stress verbunden. Er litt an Flugangst. Ich war sehr verspannt im Flugzeug und habe einen Schweissausbruch gehabt. Ein eingegangtes Blickfeld und wirklich Angstzustände. Angst vor Ungewissen, vor der Luft zu sein, vor dem vielleicht runterfallen oder so. Bruno Lanz versuchte, Flugreisen wann immer möglich zu vermeiden. Aus gutem Grund. Da sind wir immer mal noch auf London geflogen. Und beim Zurückfliegen nach einer langen Schönwetterperiode war kurz vor Zürich ein riesiger Gewitterherd. Und es ging dann wirklich extrem rauf und runter. Und da war also die Panik perfekt. Das sind einfach Angstzustände. Man sieht einem alles zusammen. Man schwitzt wie wahnsinnig. Man ist nicht mehr aufnahmefähig. Man nimmt seine Umgebung fast nicht mehr wahr. Als ein Besuch bei Verwandten in Australien bevorstand, entschloss sich Bruno Lanz, seiner Flugangst zu begegnen und einen Psychologen aufzusuchen. Ich musste ihm in dieser Sitzung detailliert erklären, wie das abläuft und was ich spüre, wie ich das im letzten Detail empfinde. Und ich habe das eigentlich beim Erzählen erförmlich durchgelebt und habe das ihm wirklich hart genau gesagt. Der Psychologe stellte noch zwei, drei Fragen und entliess seinen Patienten aus der Sitzung. Und ich wollte dann noch nachhaken und sagte, er rede mit mir nicht über das, ich sei jetzt geheilt, das sei ich weg. Und dann ist darauf, ja, nicht lange danach ist der Flug angestanden mit Australien und ich bin ein wenig skeptisch da eingestiegen. Und ich muss sagen, seitdem habe ich nicht eine Sekunde mehr Flugangst gehabt. Keine Sekunde, nichts. Nein, deswegen hatte ich Freude am Fliegen. Und seitdem fliege ich sehr viel und habe eigentlich jeden Moment Freude, insbesondere beim Starten, wenn es so richtig an meinen Sitz drückt. Und auch wenn es so ordentlich schaukelt oben, finde ich eigentlich jetzt glatt. Herr Lanz, wie erklären Sie sich die Wende? Ja, ich hatte eigentlich keine Lust mehr, Flugangst zu haben. Und habe dann den Herr Hackl aufgesucht und bin schon mit der Überzeugung eingegangen, dass ich heute dort meine Flugangst beerdige und dass sie weg ist. Und so war es dann auch wirklich? Ja, so war es auch. Jetzt möchte ich es doch noch vom Herrn Hackl wissen. Wie haben Sie das gemacht? Das klingt so ein Hogus-Bogus. Ja, es kommt vielen so vor. Was er vielleicht nicht mehr daran erinnert, Herr Lanz, dass er seine Flugangst verstärken musste. Ich arbeite hier mit einer paradoxen Intervention. Und das basiert darauf, dass Spontanphänomene nicht willentlich erzeugt werden können. Also wenn sie unbedingt einschlafen wollen, weil sie am nächsten Tag gut drauf sein wollen, und sie versuchen einzuschlafen, dann geht das überhaupt nicht. Sie werden immer wacher. Und die Angst ist auch so etwas. Wenn man das versucht zu verstärken, dann verschwindet die. Und die Kunst ist eigentlich die, dass die meisten finden, ich will doch eigentlich keine Angst haben, jetzt muss ich es erst recht machen. Was passiert mir dann? Also dort ist die Kunst, jemanden zu überzeugen, dass er das dann auch macht. Aber Sie empfehlen eigentlich etwas, das ja gar nicht geht. Ich sollte mehr Angst erzeugen, und das kann ich ja gar nicht. Aber ich sollte es trotzdem machen. Ja, probieren. Ich sage nur, probieren. Probieren? Ja. Und das hat wirklich so funktioniert? Das hat bestens funktioniert, ja. Für uns ist auch Bettina Schindler. Sie macht ein Flugangst-Seminar für die Swiss. Wo setzen Sie an? Ja, wir versuchen eigentlich den Leuten, die zu unserem Seminar kommen, ein Instrument an die Hand zu geben, damit sie ihre Angst in den Griff bekommen. Also wir machen eigentlich mehr oder weniger umgekehrt dann machen, sodass sie wirklich ihre Angst kontrollieren können, weil die Filiere wirklich sehr darunter leiden. Und das ist eine Zusammenarbeit von mir als Psychologin zusammen mit den Piloten, wo Piloten sehr viele Informationen auch geben, über das Fliegen, über die Flugsicherheit, über die Geräusche, wo viele Leute so Angst machen, über die Turbulenzen, wo viele Leute so Angst machen, warum fliegt überhaupt das Flugzeug? Und dann zusätzlich eben mehr psychologische Mittel, zum Beispiel Entspannungsübungen, Atemübungen und auch Übungen zum Gedanken, die katastrophisierenden Gedanken umwandeln in positive Gedanken. Und noch so etwas mit einem Gummibändchen machen Sie, wie geht denn das? Ja, das ist der Gedankenstopp. Also die Leute sollten versuchen, ihre schlechten Katastrophengedanken, die sie haben, ganz klar zu stoppen, indem sie sich innerlich Stopp sagen und so ein Gummi schnalzen lassen am Arm. Das gibt ihnen so einen richtigen Zweck und sollte sie einen Moment lang zumindest einmal zurückholen in die Realität und weg von ihren Fantasien. Mhm. Herr Hagl, wenn Sie Ihren Patienten sagen, Sie sollen noch mehr Angst haben, wie machen Sie denn das? Wie macht man das überhaupt? Also muss ich jetzt sagen, muss ich schreien oder? Wie mache ich das? Nein, er konzentriert sich vor allem auf die Symptome. Ja. Also versuchen Sie noch schneller mit dem Herz zu schlagen. Er weiss natürlich nicht, wie das geht, aber man kann es immerhin wählen und probieren. Mhm. Wie erfolgreich sind Sie? Etwa 95% lösen sich auf. Was darf man denn erwarten bei Ihnen, wenn man so ein Seminar macht? Man kann sagen, dass 95% den Abschlussflug mitmachen und das ist für viele schon ein Riesenerfolgserlebnis, wie viele auch jahrelang noch geflogen sind. Und dann nach dem Seminar kommt es eigentlich recht darauf an, wie fleissig man auch weiterfliegt. Also die, die wirklich relativ viel fliegen, die kommen dann häufig oder meistens der Angst ganz in den Griff rüber. Und die, die dann sehr lange nicht mehr fliegen, dann kann es schon sein, dass die Angst auch wieder kommt. Also Sie können sich auch quasi dem Geschehen ein bisschen exponieren. Wie häufig fliegen Sie? Ja, liebend gerne, aber es ist immer die Frage der Zeit, aber doch schon zwei-, dreimal im Jahr. Ja. Sehen Sie auch Rückfälle bei Ihren Patienten? Rückfälle eigentlich nicht, nein. Nein. Es gibt einfach solche, die anstehen, die Mühe haben. Es ist ja jeder Mensch verschieden. Und darum ist es auch gut, dass es verschiedene Wege gibt, wenn man das angehen kann. Begleiten Sie aber auch die Leute auf dem Flug? Auf dem Flug bis jetzt nicht, nein. In Luftseilbahnen zum Beispiel schon. Ja. Es ist ja noch schwierig, etwas zu machen, wo man eigentlich dagegen ist und wie überzeuge ich jemanden. Also das ist schon, manchmal braucht es eine Begleitung und das mache ich auch. Und wenn Sie Sie begleiten auf dem Flug, was machen Sie denn während dem Flug? Ich schaue einmal, dass Sie sich vor allem körperlich entspannen, weil viele sind ja völlig verkrampft in Ihren Sitz. Also eben indem Sie zum Beispiel Bauchatmung machen und Entspannungsübungen, die Sie vorher gelernt haben. Und ich versuche auch mit Ihnen über Ihre Gedanken zu reden und dann natürlich zusammen mit Ihnen auch die Geräusche und die Bewegungen vom Flugzeug richtig einzuordnen. Also wirklich das nochmal durcherleben. Ja, genau. Spannend. Danke schön vielmals, Frau Schindler. Herzlichen Dank, Herr Lanz. Und danke schön vielmals, Herr Hacki. Und Ihnen empfehle ich einmal auf www.seniorweb.ch zu gehen. Dort finden Sie noch viele weitere Informationen für Vorbereitungen auf die Reise, vor allem für Senioren. Es gibt die Handlungen, die das Leben retten, aber sie hinterlösen Spuren, z.B. die Entfernung eines Hirntumors. Hier sehen Sie ein eindrückliches Beispiel, wie man trotzdem Lebensmut findet. Ute Walker und ihre Hündin Diva. Zu den Haustieren der Laborleiterin zählen aber auch eine Bartagame namens Lolek und zwei Kornnattern, die sie und ihr Mann mit viel Liebe hegen. Wenn Sie wieder reinnehmen. Als sie vor 15 Jahren einen Hörstutz erlitt, stellte sich heraus, dass ein Tumor die Ursache war. Der Tumor war gutartig und konnte entfernt werden. Jetzt erhält sie Besuch von Dr. Albert Wettstein. Frau Walker hatte einen Nerventumor im Schädel, der auf die Hirnnerven gedrückt hat. Nach der Operation hatte sie eine Gesichtslähmung. Wir schauen jetzt, was ihr geholfen hat, darüber hinzukommen. Der Tumor, den sich Ute Walker operieren lassen musste, ist unter dem Namen Akustikusneurinom bekannt. Das Akustikusneurinom ist ein Nerventumor, der vom Gehörnerv ausgeht. Und gerade oben am Gehörnerv, direkt auf oben, liegt der Gesichtsnerv. Und wenn der Tumor auf den Gesichtsnerv drückt, macht er das so säufer, dass er kaum etwas merkt. Man hat normalerweise keine Lähmung am Anfang. Aber wenn man als Chirurg den Tumor wegnehmen muss, dann schubselt man an dem herum. Und das führt dann eben häufig zu einer teilweise Lähmung. Also am Anfang war es noch so, dass das Augenlied sich kaum geschlossen hat und der Mundwinkel sehr weit runter hing. Und mit der Zeit wurde das immer besser. Das Augenlied, Gott sei Dank, hat sich wirklich geschlossen. Ich lebe jetzt damit und ich komme auch gut damit klar, aber es ist doch für viele Menschen ungewohnt, wenn sie einen anschauen und man doch diese Symmetrie erwartet und doch dann sieht, dass das Gesicht schief ist. Das Problem von so einer Gesichtslähmung ist ja, dass es auch sehr stark am Selbstschwert gefühlt und kratzen. Was gibt es da für Strategien, die einem da helfen können? An sich ist es der offensive Umgang damit. Also man muss schon dazu stehen. Also am Anfang war es ja so, dass meine Augen sich nicht richtig geschlossen haben. Und so bin ich am Anfang noch mit einer Augenklappe wirklich auch rausgegangen und habe gemeint, wenn mich jemand komisch anguckt, soll er mich auch fragen, was ist da los. Und ich bin auch froh, dass ich in einer Selbsthilfegruppe eben auch viele Menschen getroffen habe, denen es eh nicht ging wie mir. Jede fünfte Person, die eine Operation hat für das Akustikus Neurinom, nicht ganz jede fünfte, hat das Problem, dass nachher Gesichtslähmung auftreten tut. Und für sie ist es ganz besonders wichtig, dass sie sich treffen mit anderen Leuten, austauschen und merken, die Frau ist trotzdem attraktiv, hat einen Mann gefunden, hat trotzdem dieses und jenes erreicht in ihrem Leben und steht voll da, hat es bewältigt. Inzwischen ist es wirklich sehr einfach, man kann ins Internet gehen und findet dort sehr schnell unter Akustikus Neurinom Gruppen, an die man sich wenden kann. Und nicht nur für das Akustikus Neurinom, für alle so schwierige Probleme, Gesichtslähmung und Gehörer, Verluste anderer Ursachen, gibt es Selbsthilfegruppen. Und jetzt kann ich nur noch sagen, machen Sie es gut und wenn es Ferien gibt, reisen Sie gut. Adieu miteinander. Gibt es immer mehr Lebensmittelunverträglichkeiten? Wer bekommt Zöliakie oder Laktoseintoleranz? Und wie gefährlich sind diese Krankheiten? Mehr dazu nächste Woche. Die Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Klara Spital. In besten Händen. Interpharma. Forschung für ein besseres Leben. Merian Iselin. Klinik für Orthopädie und Chirurgie. Schultes Klinik. Muskuloskeletalzentrum. Und Violier für Labormedizin.